Musik Wir, die Firma Intensivbauer, sind spezialisiert auf Bodenplatten, Kellerbau und Garagen. Wir haben hier einen Fertigkeller erstellt. Begonnen sind wir mit der Bodenplatte. Danach haben wir die Zwischenwände gemauert und haben mit dem heutigen Tage die Filigrandecke aufgelegt, sodass wir nachher nur noch den Ortbeton aufbringen, sodass die Fertighausfirma ihr Fertighaus draufstellen kann.